Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Wir sind bereit, jetzt dieses Etablissement zu betreten. Manche wollen da drin nicht schlafen, andere wiederum sehen das gar nicht so eng. Wir gucken mal, was hier los ist und benutzen diese Doppeltür. Hallo. Ich bin ein Drow für meine Feasting-Eyes, in der Dunkelheit, aber nicht mehr lieblich für ihn. Elegant, decadent und auch so gefährlich, ich weiß deine Blitz. Ihr liegt leider meilenweit daneben. Es ist Fionn, Sieg, unsere Sternen-Librarian. Sie ist nicht hier heute, alas. Ihre Penance muss warten. Wir haben andere Möglichkeiten, um zu lösen Ihre Vöid. Ein Drink für einen, ein Pferd von Drow für den anderen. Choose Ihre Sin. Oh Mann, ich werde am liebsten alles zu ihr sagen. Wird eure strenge Bibliothekarin morgen wieder da sein? Schöne, ich bin kein Fortuneteller. Wenn ich eine Crystal-Ball habe, hätte ich bereits überprüftet. Die Wahrheit ist, Fionn hat gut verloren. Und meine Hande sind vielleicht skilvoll, aber sie wurden nicht gemacht, um alle letzte stone, sie könnte hinterlassen sein. Hätte es sein können, dass ich schon wieder als erstes hätte drüben reingehen sollen. Ihr braucht Hilfe, lasst mich helfen, Fionn zu suchen. Jetzt zu anderen Dingen. Ihr habt Drow-Hostessen da, das klingt allerdings verlockend. Habe ich genug Geld? Habt ihr noch andere Optionen für Gesellschaft? So, Zimmerschlüssel. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Vorhang. Ach, da ist ein Vorhang. Mieze-Katz! Halt, stopp! Wo ist denn mein Mieze-Katzentrank? Ich habe so viel Krempel dabei, das ist unfassbar. Hm. Und genau am Ende werde ich wahrscheinlich diesen ganzen Krempel noch haben. Ich will mit meiner, äh, mit ihr reden und nicht mit Will. Da ist es doch! Mieze-Katz! Ich habe es auf, äh, mit ihr. Ich habe es auf, äh, mit ihr. Ich habe es auf, äh, mit der Real Lady der Haus, ich sehe. Was ein künstlerer Sie. Deine Augen sind wie zwei unheilvolle Edelstellen, die noch die selbstzufriedensten Ratten mit Furcht und Schrecken erfüllen. Was hat denn das zwielichtige Duo da hinten zu flüstern? Möchte ich wissen, wer hinter den schicken Vorhängen da steckt? Ihre Augen sind so unfassbar krass. Was hältst du von der Klientel allgemein? Das ist eher ein breiteres Thema. Wir haben hier alle Arten. Aber es gibt ein freundlicher Besitzer, der mich sehr präsentiert hat. Er dreht wunderschönlich, aber er schweigt aus der Hände. Das ist etwas infernliches, um sicher zu sein. Abhorrent. Gortasch, oder? Oh, sie ist eine wunderschöne Katze. Ach, sie ist so eine schöne Mieze. So, bevor wir uns da hinten austoben, wird er erstmal hier... Dörfen wir mit denen reden? Nee. Achso, das ist Tyrians. Ich wollte mal gucken, wie ihr euch alle hier fühlt. Ich bin nicht so schlimm. Das ist doch nicht so schlimm. Wir würden dir versuchen, dass wir eine Tadpole von einem Tadpole nur für dich um einander mit ihnen verabschieden. Ich schiede dich, wenn meine Minds nicht verabschieden durch die Sicht von Orpheus in seiner Domedieprison. Der Prinz der Kometen lives. Aber keine Ergänzungen. Ich kann sehen die Veränderungen in dir. Ich fühle die Parasite Ist ja okay. Boah, ey, was für eine Ansage. Will. Okay. So, meine beiden Herren. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. Nine Fingers. It's a name you know. Nine Fingers is the head of the guild, a criminal organisation operating inside Baldur's Gate. Hmm. Wir versuchen zu täuschen. Ist hier von Neunfinger die Rede? Ich habe was mit ihr zu besprechen. Wenn sich gerade eins ist. Oh. Oh, yeah. Seems everyone's got business with her. Heard the gal met her match. The new kingpin? Old meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to house Nine Fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the ninth hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you sent cut a deal with the new... Hold on. Hey, you still lurking about? I don't remember inviting you to the party. Also, ich? Hm. Klingt nach interessanten Geschäften, da wäre ich gern dabei. Oh, Gott. Okay, hat hier schon was gebracht, würde ich sagen. Menschliche Bürgerin? Hä? Ach so, sie ist die menschliche Bürgerin. Wer ist er? Äh, das ist ja selbst mir unangenehm. Äh, das ist ja selbst mir unangenehm. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Was würdest du sagen, doll? Have a sit on my lap. Let's see what pops up. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon setting my phoenix nest aflame. I shall slake your first dragon. You will part your lips and drink of my essence. Oh, I will drink your essence. Hoots, order up. Another tankard for the fist. Okay, die viel gut. Damn, Hoots. That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Hm, wer seid ihr genau? Oh. Oh, I forget. We've never met. I've had my eyes and ears on you so long. We feel like old friends. Aquella is my name? I'm Raphaels. Assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Okay. Ah, hier geht's ja gar nicht rein. Raphael ist oben. Kann ich hier rein? Kann ich hier raus? Nee. Oh, was ist hier los? Wir müssen das irgendwann mal knacken, knacken vor allem. Hä, seit wann stehen da zwei? Ach, da stehen gar nicht zwei. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Zeig mir was you haupt. Okay, ich weiß ja nicht, was dieses Getränk mit mir macht und ich weiß auch nicht, warum hier eine Dumpel in der Hände steht von denen. Wir gehen erst mal zu diesen Zwillingen. Nee, wir gehen erst mal hier hin. Hallo. Ich suche keine Dienste, danke. Danke. Habt ihr irgendwas in Essen übrig? Was? Schweinekopf und Wurst? Nee, Saussier. Chorizo. Okay, ich gehe ja schon. Oh Mann. Gut, dann ab hinter dem Vorgang. Vorgang, Vorgang. Hä, man kann hier einfach so rein? Das ist normal. Okay. Sie kann man nicht anreden. Ach, Ihnen kann man anreden. Monsieur Chapeau. Hab ich überhaupt Geld? Oh, nur 80. Laser, gib mir dein ganzes Geld. Kann ich tanzen? Yeah. Krasse Musik, eh. Ich hab die explosiven Stoffbergen gefunden, die ihr den Flüchtlingen gespendet habt. Was? Wie? Nein, in hells. Whatever you think, you know. I'm sure some gold would help you to forget. Behalte doch, ich werde antworten. I'm just a simple toy maker. An artisan. I don't know anything. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Sie, wer sind sie? I can't tell you. I won't tell you. Sagt mir, wer sie sind, sonst seid ihr tot, bevor ihr euch überhaupt erreichen. Ja, der Würfel ist uns gut gesund. Bisher noch. All right, all right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder. Inside the device. I collect packages from Falogas fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to. Because I have to. Otherwise they'll kill me. Ich weiß noch immer nicht, wer sie sind. I don't know who's in charge. But it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there. Tell them Uncle Falogia sent you. And they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower city. Geht mir aus den Augen. Oh, I will. Thank you. Thank you so much. Hä? Wie viele Droh sind denn hier? Verlorene Unschuld. Willis inspiriert. Hm, interessant. So, wer seid ihr? Was verschlägt Rowan in solchen Orts? I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But men are treated like dogs by the underdark's matriarchs, so we fled. We found surfaces crave the body of a drow like a drug. Life is easy in our line of work. Hm. Kein Wunder, sieht uns an. Wir sind makellos. Life is prosperous. I'm much happier kissing the many lips of the surface than tending a field or manning a shop. Hmm. Hmmm. Hmm. 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 Sie wirkt irgendwie traurig. Wenn euch die Arbeit hier wirklich Spaß macht, kann ich euch nicht verurteilen. Ich kann mich selbst, boundlessly. Es gibt so viele, die zu mir kommen, zu sprechen, von einem Fixation, dass niemand noch mehr kann mit ihnen, und nicht wiederholfen will. Ein einmal-in-a-lifetime-moment von Passion. Every day. Was könnte besser sein? Willst du versuchen es? Trust me, you don't want to miss my signature Mezzoboranzan love trick. Mezzoboranzan love magic. A formidable practice. Usually only reserved for pleasing the most insatiable matriarchs in the City of Spiders. And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. Is meine bessere Hälfte die Lesel, oder wen meinen die? Jetzt weiht sie durch mich, glaub ich, eh nicht. Wir machen erstmal das hier, Menzoboranzanischer Liebestrick. Aber ihr seid Seldariendrow, warum betrügt ihr eure Kundschaft? Darling, we are not fooling anyone. Unless you pay me to make a fool of you, you'll just have to see what is in store. Okay, wir nehmen beide in Anspruch, oder? Ich möchte euch buchen. Schöner Mann. Einigung. Was für eine Einigung. Warum seht ihr euch für meine bessere Hälfte? Ihr seht euch unglaublich ähnlich. Wir sind Twins. Ah, das sind die. Das hätte ich mit jemand anderem, oder? Was? Das hätte ich mit jemand anderem, oder? Das hätte ich mit einer inzüchtigen Schwangerschaft. Besteht da nicht das Risiko einer inzüchtigen Schwangerschaft? Der hat aber auch zu allem eine Antwort. Köstlich. Ich möchte eure Dienste in Anspruch nehmen. Ah, you're lucky, sister. You would break our bond for the sake of laying this, this is luck. If your beloved one wants to join, we could work out something to our mutual satisfaction. Two of us, two of you. Four gorgeous people. Was für ein Einfall. I do not share what is mine. And I will not be shared. Ich habe nichts gesagt, lassen wir das. Hä, was soll denn das? Muss ich erst mit dir Schluss machen? Oh. Handeln. Gut. Hä, Layser, was soll denn das jetzt? Kann das sein, dass ich Layser erst wegschicken muss? Das Geld hervorholen. Das Geld hervorholen. Das Geld hervorholen. Das Geld hervorholen. Drüben? Hä? Waren es nicht beide? Waren es nicht beide? Boah, das ist ja riesig hier. Privatgemächer. Kommt ihr alle mit? Boah, wie schön es hier aussieht. Freuden des Unterreichs. So, ihr Lieben, wir machen ja Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Tschüss.